Hallo, herzlich willkommen zur Vorstellungsrunde von Larpen und Larpen lassen. Ich bin der Robin und ich frag direkt mal, wer bist du? Ich bin die Bini. Normalerweise heiße ich Sabrina, aber ich habe diesen Spitznamen irgendwie so gut entabliert, dass mich mittlerweile fast jeder nur noch so nennt. Ich bin 30 Jahre alt und bin neben meinem Hobby Larp, naja, man kann es eigentlich schon Passion nennen, sehr kreativ ansonsten in meinem Interessensbereich unterwegs. Ich male gerne, ich singe gerne, ich nähe gerne, was natürlich super für Larp-Kostüme ist. Ich zocke gerne und ja, unheimlich viel in diesem kreativen Bereich, der mich einfach glücklich macht und Larp ist da halt einfach eine super Ergänzung als Interesse. Dann frag ich direkt mal weiter. Wer bist du? Ich bin der Robin. Ich bin 29 Jahre alt. Ich zocke eigentlich relativ gerne. Ich bin Larpa. Ich bin Vater von einem fünfjährigen Sohn. Sein Name ist Noah und ich frag direkt weiter. Wer bist du? Ja, ich bin der Sven. Ich bin der Opa in der Runde, nämlich 40 Jahre alt. Interessen neben Larp, tatsächlich Tabletop und Tischrollenspiele. Manchmal male ich auch, wenn ich dann mal Lust verspüre. Und zocken nimmt momentan auch einen relativ großen Teil ein. Gut, Bini, dann frage ich doch direkt mal, wie bist du zum Larp gekommen? Ja, das ist die typische Klischee-Geschichte. Und zwar habe ich da einen Kerl kennengelernt und der Kerl hat dann gesagt, ja, ich gehe auf Larp, komm doch mal mit. Und dann frage ich halt, was ist das? Ja, dann ist halt so eine Art Improvisationstheater und du musst dich halt verkleiden. Und dann tust du so, als wärst du im Mittelalter. Wie ein Online-Game nur in, oder wie ein Rollenspiel nur in Echtheit. Und dann habe ich gedacht, ach ja, cool. Ich mag Rollenspiele. Und dann habe ich mich erst mal mit einfachstem Kostüm in die typische Tavernen-Mite quasi verwandelt und bin mit auf Live-Rollenspiel-Veranstaltungen gekommen. Das waren dann erst mal Tavernenabende in der Taverne zu den Vier Winden. Das ist auf der Insel der Stürme, IT sozusagen. Und ja, hab dann da ganz, ganz viele Liebe und verrückte und tolle Leute kennengelernt. Und ja, dann wollte ich nicht mehr weggehen. Robin, wie bist du zum Larp gekommen? Das ist eine relativ verrückte Geschichte eigentlich. Ich war auf einer Ferienfreizeit, als ich 14 war. Und einer der Leiter, die halt auf uns aufgepasst haben, hat uns einmal in der Kissenschlacht völlig fertig gemacht. Sechs, sieben, acht, neun Leute. Und dann haben wir ihn gefragt, wieso er das so gut kann. Und er hat gesagt, ich mach halt Larp. Und dann hat er davon erzählt, ich war total begeistert davon. Das war ja, ich war total im Herr-der-Ringe-Fieber. Und dann hat er uns halt mitgenommen, mich und noch ein Freund oder beziehungsweise noch zwei Freunde. Und dann sind wir in unsere Gruppe gekommen. Damals mit 15 Jahren waren wir auf unserer ersten Taverne. Und mit 16 war ich dann auf meinem ersten Con. Was die in Immermehr-Orga war. In Immermehr-2. Und Sven, wie bist du zum Larp gekommen? Oh je, jetzt muss ich ein bisschen zurückdenken. Noch weiter. Noch weiter, ja. Tatsächlich 1994, 1994, 1995 hatte ich ersten Kontakt mit Larp. Allerdings eher in schriftlicher Form. Nämlich gab es da eine Artikelreihe in einer Computerzeitschrift in der ASM. Und der Chefredakteur ist dort auf Larp-Cons gegangen. Ich glaube, es müssten die ersten sein, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. Damals, 14, 15, schloss sich das natürlich aus. Man hat davon gelesen. Es war sehr faszinierend. Und ich war auch noch in der Phase, wo dann das Schwarze Auge gespielt wurde oder Dungeons & Dragons. Und dann verlor ich das Hobby so ein bisschen aus den Augen. Und 1999 bin ich dann wieder drauf gestoßen, weil ich halt diverse Rollenspielforen besucht habe. Habe das Wort Larp wiedergefunden, konnte mich an die Artikel erinnern. Bin dann auf eine Mailing-Liste gekommen. Die große deutsche Larp-Mailing-Liste, worüber damals alles lief im Internet, wenn man nicht gerade Papier verschickt hat. Und habe dann 1999 meinen ersten Con besucht. Das ist jetzt auch schon 22 Jahre her, wenn ich gucke. Junge, Junge. Bini, wie alt waren wir da so ungefähr? 1999, da war ich acht und schon sieben. Yay. Naja. Ja. Da habe ich noch nicht an Larp gedacht. Da habe ich, glaube ich, noch mehr Jungfrau bei mir im Pool gespielt. Ist ja auch eine Art Larp, würde ich sagen. Ja. Genau. Rollenspiel fand ich, glaube ich, schon immer cool. Okay. Gut, Bini, was machst du denn momentan im Larpen? Ja, momentan will ich wieder mehr Larpen. Und zwar mit meinem Lieblingscharakter Diana, der lustigerweise nur als One-Shot entstanden ist. Also es war einfach nur, hey, ich brauche einen Charakter für den Taverneabend, weil ich meinen alten nicht mehr spiele. Ja, vorher ist noch so ein kleiner Mittelaltermarkt. Und, äh, dann spiele ich jetzt einfach eine Händlerin. Und dann habe ich sie extrem naiv gemacht und total gutmütig und, äh, ja, lieb halt. Und dann bin ich mit ihr in diese Taverne und habe festgestellt, hey, der Charakter hat so viel Spaß gemacht, die spiele ich jetzt immer. Ja. Und so bin ich dann an meine Diana geraten, die ich auch nicht mehr hergeben will. Und, äh, ja, spiele jetzt mittlerweile als Kriegerin mit ihr. Sie hat noch ihren Weg gesucht. Sie hatte auf jeden Fall keine Lust mehr, äh, den ganzen Tag nur im Laden zu stehen und, äh, Sachen zu verkaufen und hat sich jetzt vollkommen dem Schutz der Schwachen verschrieben und hat sich entsprechend, ähm, mit einer Bruderschaft verbrüdert. Sagt man das so? Nein, eigentlich hat sie sie mit gegründet. Als erste Suchende, die ihren Weg gesucht hat und gemeinsam mit ihren Brüdern misst sie sich an ihren Tugenden. Und, äh, ja, es sind sehr ritterliche Tugenden. Also, wir sind sehr gutmütig und lieb. Und, ähm, ja, ansonsten ist Diana, äh, habe ich ihr noch so dieses kleine Kinkerlitzchen gegeben. Sie ist auf der Suche nach dem Richtigen, nach dem Einen, nach der einen großen Liebe. Man muss sie auch so ein bisschen kitschig halten. Und, ja, ich spiele sie jetzt schon sehr lange und momentan will ich sie auch weiterhin spielen, weil es unheimlich Spaß macht. Und, ja, so hat man rausgehört, ich spiele hauptsächlich SC mittlerweile. Und, äh, das war früher mal anders. Und, ähm, aktuell will ich damit auch gar nicht aufhören, weil es unheimlich Spaß macht. Und, ja, das mache ich momentan im LARP. Robin, was machst du denn momentan im LARP? Ähm, ich bin der typische Ein-Charakter-LARPer. Und ich habe diesen Charakter schon damals gespielt und ich spiele ihn immer noch. Aber jetzt ist er mittlerweile, äh, zu einem GSC geworden, in der Nimmermeer-Orga. Und da, ähm, entwickelt er sich gerade. Ich kann jetzt noch nicht zu viel erzählen, weil es noch nicht so weit ist. Ja. Sven, was machst du momentan im LARP? Oh, momentan im LARP, also ganz frisch quasi, ich schreibe momentan an neuen Geschichten. Weil ich bin so ein bisschen auf der anderen Seite unterwegs. Das heißt, äh, ich bin momentan mehr Orga und mehr SL, also Spielleitung. In besagter Nimmermeer-Orga, die der Robin schon mal genannt hat. Ähm, gespielt habe ich lange, lange Jahre, bestimmt 15 Jahre lang einen Ritter, der, äh, aus einfachen Verhältnissen kam, sagen wir es mal so, und sich dann, eben besagt, im Nimmermeer-Land, äh, mittels eines Ritterbundes, ähm, relativ hochartig hochgearbeitet hat. Dieser Charakter ist aber mittlerweile auch mehr GSC, sogar, ich würde ihn sogar mittlerweile als NSC bezeichnen. Das heißt, ähm, ich spiele ihn nicht mehr wirklich auf anderen Cons. Ähm, alternativ spiele ich momentan einen, äh, ich sag mal, orientalisch angehochten Leibdiener, äh, eines befreundeten Spielers, ähm, den ich sehr schätze, weil er ein völlig anderer Charakter ist, als mein Ritter. Aber, um den Bogen zu schlagen, ich bin eigentlich mehr Orga und SL geworden über die Jahre. Und, äh, Bini, was magst du denn so am liebsten im Lab? Es gibt so vieles, was ich am Lab liebe. Blumen, Blumen und alles Bunte. Äh, das ist Diana. Was ich am Lab liebe, ist, äh, dass du dich kreativ ausleben kannst, dass du, wenn du es willst und wenn du es kannst, dir ein Kostüm selber machen kannst, du dir alles selber aussuchen kannst, du völlig entscheidungsfrei bist, sofern du mit den Konsequenzen leben kannst, wenn du zum Beispiel eher etwas, äh, wie sagt man, ähm, provokatives spielst. Und es fängt bei mir halt wirklich an, dass ich Lab schon darum liebe, dass ich mir meine Kostüme selber nähen kann, dass ich mir einen Charakter so bauen kann, wie ich es will. Und auch dieser Rollenspielaspekt macht mir unheimlich Spaß, dieses einfach mal nicht du sein, sondern entweder jemand anders sein oder in Situationen geraten, in die du im echten Leben niemals wirklich geraten würdest und entsprechend auch mal eskalieren kannst. Das gespielte Drama, und das ist es halt, was den Unterschied macht, das ist gespielt, gespieltes Drama, Streits, Konfliktsituationen, aber auch schöne Momente, Lachen, Spaß, Feiern abends. Das, das sind alles Gefühle, die unheimlich schön sind und die ich dank dem Hobby Lab entdecken konnte. Und was ich auch am Lab mag, ist, dass ich dank einer Lab-Veranstaltung meinen, äh, Freund kennenlernen durfte, den ich sehr, sehr liebe und nicht mehr hergeben will. Ist der gerade im Raum, oder was? Nein, aber... Da wurde jemand gezahlt. Nein, nein, es ist, es ist, es ist echt so, ich muss es halt echt sagen, er hat halt in seinem Leben eine NSC-Con gemacht, eine einzige. Und da haben wir uns kennengelernt, weil ich auch NSC gemacht hab auf dem Con. Und hätte er niemals NSC gemacht, hätten wir uns wahrscheinlich niemals kennengelernt. Und deswegen ist es halt schon etwas, was ich am Lab mag, weil ohne Lab hätte ich Sven niemals kennengelernt. Also nicht den Sven hier, sondern mein Freund heißt auch Sven. Und deswegen finde ich... Naja, genau genommen hättest du den Sven auch nicht kennengelernt, wenn du nicht... Das stimmt. Am Lab, ja. Ja, Robin, was magst du am liebsten am Lab? Puh, ähm, ich glaube, das ist das Abschalten. Das dieses Urlaub haben. Ähm, ich glaube, das hängt viel damit zu tun, dass mein Handy wirklich auf dem Zimmer liegt oder im Zelt oder sowas. Und ich sowieso keinen Empfang habe. Und es ist halt wirklich, ja, Urlaub. Ganz, ganz, ganz komischer Urlaub ist das. Aber es ist der beste Urlaub, den man haben kann. Beste würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber einer der besten definitiv. Ach, was weißt du schon? Nicht viel, junger Katermann. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich genieße einfach das, das abends am Feuer sitzen. Ähm, Geschichten erzählen, lachen, essen, trinken, was auch immer. Das ist einfach... Vor allem Pfeffi. Zum Beispiel. Ja. Und, ähm, Sven, was magst du am liebsten im Lab? Also, als Spieler mag ich die Interaktion mit völlig unterschiedlichen Menschen. Seien wir mal ganz ehrlich, wir umgeben uns immer mit einer Blase an Menschen, die ähnlich ticken. Im Lab triffst du aber so unterschiedliche Charaktere, mit denen du dann umgehen musst. Ähm, ich mag die Interaktion hier. Wenn ich jetzt aber aus Orgo oder SL-Sicht mir das Ganze angucke, ich mag es tatsächlich, Leuten, Leute dabei zu beobachten, wie sie mit Situationen umgehen, die ich geschrieben habe. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen nach den Puppenfäden und den, ich möchte, dass ihr in eine gewisse Richtung lauft, ihr Spieler. Aber ja, tatsächlich ist es sehr schön, ähm, richtige Reaktionen auf Spielsituationen zu sehen, die man sich im Kopf zwar ausmalt, die aber meistens auf dem Kon selber im Chaos einfach enden. Natürlich, es ist immer so. Sie haben was gemacht. Genau. Sie haben was gemacht mit dieser Szene. Warum? Ja. Aber ich mag das, ich mag Spieler tatsächlich dabei zusehen, wie sie spielen und wie sie ihre Charaktere darstellen. Gut, äh, Bini, wo warst du denn so unterwegs im Lab? Angefangen habe ich mit Lab tatsächlich 2010, 2011 so um den Dreh. Ähm, da wurde ich dann in die Taverne geschleppt. Und weil es da als Schülerin noch nicht so mit dem Geld gepasst hat und, äh, das mit dem Charakter, wie man ja auch schon hören konnte, auch nicht so geklappt hat mit dem ersten, habe ich dann auch viele NSC-Einsätze erstmal gemacht. Und habe so verschiedenste, vielfältige Rollen gespielt. Ähm, aber immer gepaart mit Kämpfen, weil Kämpfen ohne Kämpfen ist für mich eine Kon irgendwie ein bisschen langweilig, weil das unheimlich Spaß macht. Ähm, da habe ich dann Springerrollen gehabt, wie die Novizin eines Ordens. Und die wurde dann im Laufe des Labs geopfert. Und dann bin ich halt den Rest des Cons als Kämpfer rumgehüpft. Und das hat einfach riesen Spaß gemacht. Und, ja, so habe ich halt viele NSC-Einsätze verbracht. Und, äh, nachdem dann die NSC-Phase langsam angefangen hat, abzuemmen und ich Diana gespielt habe, bin ich aber auch zwischendurch mal in zwei andere Settings abgetaucht. Unter anderem war ich auf einem Zombielab, wo erstmal alle als Spieler angefangen haben. Und nur ein NSC-Zombie rumlief und am Ende ein SC-Überlebender existierte und alle anderen Zombies waren. War sehr spannend. Und die letzte hat auch nur überlebt, weil sie sich den Rest der Nacht verschanzt hat. Und dann habe ich auch mal einen Tavernabend im NSC-Setting gemacht. War beides lustig, aber, also bräuchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal, kann man mal machen. Aber ich fühle mich im Fantasy Lab definitiv mehr aufgehoben. Ja, und, äh, neben Diana als SC habe ich auch noch zwei weitere in der Kiste. Das ist einmal meine Merkura. Das ist eine Soldatin, die sich, äh, einer Gruppe von zwei Rittern und deren Gefolge angeschlossen hat. Als Mini-Soldatenhauptmann quasi. Und sie sollten die Welt erkunden. Ähm, und dann habe ich noch Vaya. Das war eher so ein mystisch angehauchter Charakter. Da habe ich mir ein eigenes Volk auf Basis der Phönizier ausgedacht. Und habe da noch so ein paar, äh, mehr Aspekte mit reingebracht und, ja, wollte das Ganze auch ein bisschen magisch gestalten. Aber alleine sich um so ein Volk zu kümmern ist leider doch nicht so geil, weshalb sie im Moment auch ein bisschen schlummert. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch ein paar Leute finde, die Lust haben mit mir, ähm, den Hintergrund vielleicht doch nochmal zu bespielen. Weil es halt schade um die Gewandung vor allem ist. Ja, da war ich so überall unterwegs. Und mit Diana will ich erstmal nicht mehr aufhören. Deswegen bleibe ich da auch erstmal bei. Robin, wo warst du unterwegs? Da ich, wie ich es schon erwähnt habe, der ein Charakter-Laper bin. Dieser eine Charakter war im Fantasy und hat noch nie Endzeit gesehen. Ich habe allerdings eine Zombie-Taverne mal besucht. Das war so ein One-Shot-Ding. Einfach mal ist in einer Taverne und plötzlich sind Zombies da und mal sehen, was passiert. Ansonsten habe ich viel NSC gemacht auf den Nimmermeer-Cons über die letzten, ja, 15 Jahre fast verteilt. Und Twilight war ich öfter mal. Wir waren auf dem ZDL und auf dem Drachenfest als die 10. Legion, die Wache des Kriegsfürsten. Und Kriegsfürst selber waren wir quasi auch. Wenn du jetzt von wir sprichst, sprichst du von deiner Gruppe. Also auch inklusive Sven, oder? Sven war auch da, ja. Da komme ich gleich zu. Da kommt er gleich zu. Sven, wo warst du denn überall unterwegs? Uff. Uff. Ja, ich versuche jetzt gar nicht die 22 Jahre zu rekapitulieren. Das war nämlich noch, ich weiß nicht, wie lange hier. Ich kriege es auch gar nicht mehr alles zusammen, wenn ich ehrlich sein soll. Wo hast du angefangen? Ich habe angefangen in Normand. Das ist ein Land in den Mittellanden. Danach bin ich, habe ich kurz bei Trierball gespielt. Dann habe ich mir gedacht, solch großen organisierten Labländer sind vielleicht doch nichts für mich. Habe mir mein eigenes Land ausgedacht. Da kam dann mein Ritter her. Und bin dann schlussendlich bei Nimmermeer gelandet. Und hier kann ich jetzt machen, was ich will. Das ist das Schöne. Ja. An Charakteren. Ich habe vier oder fünf Charaktere, glaube ich, gespielt in den langen Jahren. Wobei der Ritter halt der Hauptcharakter ist. Oder war. Ich selbst Fantasy-Setting. Ich habe das zweite Drachenfest, das es überhaupt gab, glaube ich, mitgemacht. Uff. Lange, lange her. Und wie gesagt, wie Robin es schon angeschnitten hat. Fünf oder sechs Jahre lang habe ich zusammen mit dieser Rittergruppe quasi die Leibwache des Kriegsfürsten gespielt. Im Kupferlager. Das Kupferlager auf dem Drachenfest, das muss man ein bisschen wissen. Das ist so ein halb oder war ein halb NSC-Lager, das sich auch ein bisschen um die Ausbildung von Neulingen im Lab gekümmert hat. Und wir haben dort quasi so die alten Veteranen gespielt, die den neuen Soldaten in Anführungsstrichen ein bisschen was beibringen wollten, sollten, konnten. Das war auch sehr lustig und alles gut. Irgendwann lutschte es sich aber auch hier ein bisschen ab, das Konzept. Und dann hatte ich halt irgendwann auch keine Lust mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal das Kupferlager an sich, da muss man sich einfinden und das muss man mögen. Ich will nicht zu viel spoilern, das ist auch okay. Ich bin da ja nicht im Streit gegangen oder so. Ich mag die Leute immer noch. Aber man muss das Lagerkonzept an sich mögen. Über den Tellerrand geschaut habe ich vor vier Jahren, das ist glaube ich hier, da bin ich aufs Resistopia gefahren. Das Resistopia ist ein Endzeit-Setting oder ein Nah-Endzeit-Setting, das sich mit einer Alien-Invasion beschäftigt, die so in 15 Jahren passiert. Man lebt dort als menschlicher Freiheitskämpfer, der gegen die Alien-Invasion kämpft, in einem Bunker. Gespielt wird 24 Stunden In-Time, das ist nicht nur eine Ansage, die man gerne auf Fantasy-Cons mal missachtet, sondern es passiert tatsächlich auf diesem Resistopia, dass man 24 Stunden In-Time ist. Gekämpft wird mit Software-Waffen oder halt den bekannten Lab-Waffen. Und stattfinden tut das Ganze auf einem ehemaligen Kasernengelände in Sachsen-Anhalt. Ja, ich glaube es ist Sachsen-Anhalt. Ähm, ich würde das auch gerne wiederholen, nur mittlerweile macht mir mein Job da ein bisschen den Strich durch die Rechnung und der September ist für mich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für den Labs. Ansonsten würde ich euch alle mit aufs Resistopia nehmen. Ich glaube, da wäre ich sogar echt gerne dabei. Ja, macht, tschö. Wobei ich sagen muss, ich habe eine persönliche Abneigung gegen Software-Waffen. Das ist aber eher so ein kleines Kindheitsträumer von Domen. Ja, du hast dann ja was Passendes an. Bitte was? Jetzt zieh mir was Passendes an. Okay. Du musst vorbeikommen, dann drücke ich das Ding mal in die Hand und dann ist alles gut. Das hat nämlich nichts mit einer Erbsenkanone zu tun. Ja, wo war ich sonst noch unterwegs? Ich glaube, das war es. Bini, wo hast du uns denn so kennengelernt? Ja, das war was ganz Witziges. Ich wollte wieder mehr laben, weil ich die letzten Jahre ein bisschen zu wenig gelabt habe in meiner Sicht. Und dann gesagt, boah, jetzt will ich wieder voll durchstarten vor Corona. Und ja, dann hat mir meine Freundin Pia und mein Freund Thomas gesagt, hey, komm doch mal mit aufs Nimmermeer. Das ist da voll cool. Und der Luzi ist auch da und die Leute sind echt nett. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal mit Diana aufs Nimmermeer. Und ich habe auch bewusst mich in nicht viel eingelesen, weil Diana, meine Kriegerin, kannte da halt niemanden und keine Fäden und gar nichts. Und deswegen habe ich bewusst die Briefe, wenn überhaupt, nur überflogen. Damit ich das auch ordentlich spielen konnte, dass ich da nichts kannte. Ja, und was passiert? Ich gerate direkt IT in einen Friedensvertragskonflikt-Unterhaltungsgedöns. Und dann denkst du dir so, toll. Und dann muss ich auch noch dabei bleiben, weil ich irgendwie Dinge mitentscheiden soll, wo ich mir dann zwar dachte, hey, ich kenne euch zwar nicht, aber gut, wenn ihr das wollt, dann mache ich das so. Und ja, da ist dann so ein Typ rumgestiefelt mit so einem weißen Mantel. Und irgendwie hat Diana Mitleid gehabt und das Bedürfnis, sich um ihn zu kümmern. Das war übrigens Robin. Ja, und dann habe ich ihn kennengelernt. Erstmal nur IT und wir haben echt cooles Spiel zusammen gehabt. Weil irgendwie mochte ihn fast niemand von den Spielern. IT natürlich. Und das habe ich als Außenstehende natürlich erstmal nicht verstanden, weil er war nett und nicht böse. Und ja. Ich war überhaupt nicht nett. Ja, in deinen Träumen vielleicht. Du warst nett, ob du es glaubst oder nicht. So habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Dann kommt man natürlich auch OT mal ins Gespräch. Ja, und irgendwann hat mich dann ein Robin angeschrieben und meinte, hier, du weißt doch, ich will doch diesen Podcast machen. Und Sven und ich haben letztens gesagt, wir brauchen noch eine Frau dabei. Und dann habe ich mal gedacht, ich frage dich. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Mit Mikrofonen passen, das habe ich ja definitiv zu Hause. Und über Lab reden mache ich unheimlich gerne. Ja. Robin, wo hast du uns kennengelernt? Ja, du hast ja gerade schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Wobei du nicht ganz erwähnt hast, wie penetrant du dich an mich gehangen hast. Aber ansonsten hat das so schon weiter gestimmt. Den Sven habe ich kennengelernt. Ich glaube, das war glaube ich mein erster Kon. Auf den Nimmermehr 2 warst du ja auch. Dann müsste der erste Kon gewesen sein, ja. Ich war der Knappe eines Ritters, der aber leider nicht da war. Ich wurde aber in die Hände eines anderen Ritters gegeben. Und dieser Ritter war Teil des Ritterbundes von Sven. Er hatte sich irgendwie ein paar Konz vorher gegründet. Und dann kam ich dann halt in diese Runde von Leuten, die mich erzogen haben, sag ich mal. Die dich erzogen haben? OT oder IT? Oder beides? Wir haben Einfluss genommen. Ja. Und ja, über die Zeit jetzt, über die letzten 14 Jahre, 15 Jahre, haben wir halt immer wieder uns gesehen, immer mehr Zeit verbracht. Und jetzt sind wir halt, Jans Dicke sind wir. Oh. Nicht zuletzt, weil ich den Sven einmal als NSC auf dem Nimmermeer richtig über den Tisch gezogen habe. Wow. Ja, da späuchte ich das. Das ist ein Jäger. Das war großartig. Erzähl. Ja, ich war halt NSC. Und ich hatte halt im Prinzip, das ist jetzt die Kurzform, ich hatte magisches Holz und die brauchen magisches Holz. So, und ich soll die dafür bezahlen lassen. So, und dann habe ich mir das genommen, habe die Hälfte auf den Tisch gelegt und gemeint hier von wegen, ja, das ist, was ist euch das magische Holz hier wert? Ja, und die dann alles an Silber und was auch immer aufgeschaufelt, um dieses, um das halt bezahlen zu können. Und ich so, das ist großartig, denn ich habe doppelt so viel. Ja, richtig. Scheiße. Tja, und dann hat es, wenn kurz, ich habe es in seinem Gesicht gesehen, kurz überlegen, ob das okay wäre, wenn der Ritter mich jetzt verprügelt, aber, und das einfach wegnimmt, aber. Er hat es dann nicht getan. Ja, das war die moralische Entscheidung. Aber ich feiere dich dafür. Ich feiere dich dafür. Super. Ein großer Triumph. Tja, Sven, wo hast du mich kennengelernt, oder wo hast du uns kennengelernt? Ha, ha. Ja, ihr habt ja eigentlich schon alles erzählt. Die Beanie halt auf dem vorletzten, letzten Nimmermeer. Boah, ist auch schon. Das war das letzte Nimmermeer, was stattgefunden hat. Ja, richtig. Ja, und den Robin halt auf dem, auf dem Nimmermeer 2. Wir sind jetzt gefühlt bei 17 Nimmermeers, also wenn nicht sogar mehr. Da kann man jetzt ein bisschen rechnen. Wir haben auch schon, wir haben auch schon dreimal aufgehört, damit Konz zu machen. Richtig. Ähm, kurz besagter Ritterbund hat sich übrigens drei Konz vorher quasi gegründet, nämlich auf dem sogenannten Sternwasser 2. Das war noch vor der Nimmermeer-Auger. Ähm, ja, ich will aber bei, wo hast du uns kennengelernt, kurz was zum Podcast sagen. Die Idee ist bei Robin entstanden, wobei Robin ursprünglich eigentlich ein Video machen wollte, nämlich ob Rassismus im Lab was Gutes oder Schlechtes ist. Und dazu hat er mich gefragt, ob ich dazu was sagen könnte und ich habe mir lange und breit Gedanken gemacht und im Gespräch mit Robin ist dann aufgefallen, dass das Thema so komplex ist, dass man das nicht in einem einfachen 10 Minuten Video erledigen kann. Und daraus ist die Idee des Podcasts entstanden, dass man solche Themen halt etwas breiter diskutieren muss, als nur im YouTube-Format 10 Minuten an den Kopf geschmissen. Ja, genau, da kam diese Idee her, im Prinzip. Ähm, ja, und dann, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, dass wir darauf Lust haben und dass wir das technisch auch, äh, hinkriegen, haben wir uns noch die Bini dazu geschnappt und dann waren wir soweit. Bini kann sogar noch Designzeugs und so und deswegen hat das alles gepasst. Das hast du doch von Anfang an geplant. Äh, Sven ist der, der die Fäden zieht. Ja, genau. Ich mach nur, was Sven sagt. Passend dazu hab ich übrigens auch mal, äh, eine Marionette gespielt. An Fäden aufgehangen. Ach ja, ich hab mal ein Pinguin gespielt. Das ist schlecht zu toppen, was der Robin gespielt hat. Ja. Ein Pinguin. Ja, aber das sind Geschichten für später. Okay. I like. Ja, dann würd ich sagen, ähm, können wir diese Folge für jetzt beenden, oder? Ja, würd ich sagen. Würd ich sagen. Ähm, ich freu mich auf dieses Projekt tatsächlich, auch wenn's relativ viel Arbeit sein wird, aber ich freu mich mit euch über solche Themen zu sprechen und einfach mal ein bisschen den Opa mal fragen, was er so davon hält. Tschüss. Ja, danke. Okay, dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank und ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020